ich muss vor dem nur man schäden Landeplatz da muss die Herausforderung also Herausforderung nicht nur lustige Sache vielleicht auch ein Garagen näher einen Landeplatz zu bauen da wir echt nur sehr aufpassen dass man hier nicht aus Versehen warum auch immer während der Fahrt auf E drückt das ist eine echt doofe Idee schon wieder Schwie! Jetzt möchte ich abwärts. So, okay, geparkt, geparkt. So, jetzt würde ich an der Stelle als allererstes mal das hier alles mitnehmen. Das wird dann wieder hier zwischengelauret. Das müsste ich alles mitkriegen, ne? Jawohl. Das müsste ich alles mitkriegen, ne? Jawohl. Das müsste ich alles mitkriegen, ne? Jawohl. Und dann bauen wir uns mit Steinrösel der Seine Lundebahn irgendwo ran. So. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts für hier. Hm. Ich hab mein Licht aus. Noch sowas. Sollen wir mal wieder zwischendurch gucken, wo meine Kiste noch steht. So. So. Das Tier geht, eigentlich finde ich das erste Mal an. Ah, ne, dann. Ammonie muss ich auch noch. Ne, es ist im Grunde genommen die richtige Reihenfolge hier anzufangen. Definitiv. So. 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 Das ist immer noch besser als das. Und weg. Die Maschinenpistole können wir noch einladen. Die Lagern, die AK können wir noch einladen. Die Pistols können beide weg. Die Schnibbers. Da kommt auf jeden Fall der mit. Dann kommt der da mit. Dann können wir den noch einlagern. Und dann wird der geschrottet. Wird der geschrottet. Und dann haben wir die Waffen schon alle verstaut. Und sie nicht. So. Eisen, das Papier kommt hier wieder rein. Die Muni können wir auf jeden Fall auch schon jetzt wegräumen. Und jup. Jawohl. Der ist durch. Dann kommt das da rein. Oh Gott, wo kommen denn die Taschenlampen hin? Sind die beim Werkzeug? Oder sind die? Einfach zerlegt. Ich sammle keine Taschenlampen. Das ist auch okay. Na gut. Dann nicht, ne? So. Und der Rest ist dann wieder diese gefährdete Kiste. Und jetzt ist Abend. Abend ist natürlich auch toll. Da ist noch mal. Und die mit. Die mit. Die mit. Und die mit. Und die mit. so auch so wenig von denen da ist es nicht dass ihr mich besuchen kommt als besucht mich mehr so selten jemand so lieb meiste lieb so ich hätte jetzt hier irgendwo hier in der gegend ist eigentlich ganz cool eine landebahn für meinen von ausrichtung her blöd straße gemacht das funktioniert so nicht macht nichts da muss ich erst mal um parken bettetetetatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat es hat ein bisschen eigenwillig der Kollege so ein bisschen Platz brauchen wir schon sonst landen wir immer sehr eng wie weit wärst du denn so an sich 1,2,3 müssen rechts einer freilassen wären 5 so so weg da so machen wir das denn lang genug dass wir Platz haben auszurollen so da bist du Kollege natürlich jetzt definitiv im Weg hm am ersten mal so weit ja 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 wir stehen im Weg da haben wir also eine Verbindung zwischendurch für die Stabilität warum nicht So, massiv baue ich das Ganze nicht. Das kostet mir zu viel Material. Muss aber auch nicht. Jetzt würde ich da was, was ich schön bemalen kann. Da freue ich mich doch schon wieder. Okay. Das dürfte von der Länge her eigentlich ausreichen Au Nun er fällt Nun er plumpst Zip Zack Und zack So Das dürfte reichen zum Gasen Jetzt hätte ich gerne am Ende Irgendwie Passt das hier noch hin Das wäre nicht auf der Seite eigentlich sinnvoller Eigentlich schon Tak, tak Tak, 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 tak